Und das ist aber Kacke. Und das ist Kunst. Oh, das ist Kacke. Und das ist Kunst. Oh, das ist Kacke. Und das ist Kunst. Klingt komisch, ist aber so. Oh, das ist ja Kacke. Aber das ist Kunst. Oh, Kacke. Kunst. So, obwohl ihr nur wisst, was Kacke ist und was Kunst ist, und ihr wollt, dass euer Tattoo Hand und Fuß hat, dann sucht euch ein anständiges Studio.